Hallo, hallo, Möhrchen, ja, wir haben, haben es vorhin, und ich wollte direkt mit einem Ranked starten, weiterkommen, ähm, Okay, vielleicht, jetzt gucken wir mal, was die haben, hm, Mini Knight ist so einer, hm, wenn man nicht wollen, 5 Sekunden remaining Sniper Sniper tatsächlich als als fortgenommen hätte oder als Spieler wäre das echt arschig gewesen naja aber vielleicht hätte ich nur einfach so aufs Nachfolge klickt wer weiß Huskar ihn zaubert werden nein aber wenn Huskar mich ansteuert und ich einen Spin bereit habe kann ich durchaus überleben Rubeck aus dem Weg gehen geil nicht raus warum nicht einmal so eigentlich müsste es so auch hin hauen Mango ist natürlich immer hilfreich das eine HP merkt man schon ja teilweise naja Sunstrike Sunstrike Schöne ist wenn man von Sunstrike einfach wegrennt ganz egal Hallo was habe ich überhaupt diesmal für ein Wetter hmm ifica ferns wie ubbreaker ist hier ok auch nicht jetzt scho Wir sehen dich, das ist jähler. Wow, so wird es da. Erstmal ein Dingchen. Oh, wollen die es auch noch versuchen? Das könnten sie ausgehen. Wir haben drei, das reicht mir. Für mich wäre natürlich noch schön, aber... Ah, Gott, wenn man zwei auf einmal aufhalten will. Ärgerlich. Der Range natürlich direkt vorne. Hat er den echten Knight bekommen? So ein Dreck. Der Range besteht nur aus den Knights. Ich glaube Windranger wäre besser gewesen als... Ja, definitiv. Erstmal bin ich so tanky, dass er den einfach absinkt. So tanky, dass der Rubik einfach aufhalten könnte. Ich habe einen Verschuss in meinem Facharum. Ja, nicht. Yes, ich habe ihn mit Hosenbeгеbe gesehen. Es ist ein Interesse für mich, aber ich werde sagen. Und es ist ein Interesse für die Geräte. Es ist ein Interesse für dich. Ich hab nhau, dass du einen Garten noch. der ist geschafft die aus der lane zu drücken eigentlich gar nicht da war es sehr geschaut Aber wir brauchen eine Magic Wand. Aaaaah. Aaaaah. A Magic Stick. Guck mal. Mana. Oder Leben. Oder irgendwas. Guck mal. Oh, hier stehen und... Aaaaah, shit. Okay. Oh, power increases. Dangit. Motherfuck. Dangit. Dangit. Bring her out on AA. Okay. We go. Yes. Schau mal, was soll der Scheiß jetzt? A fine idea. Wind Ranger oder eh, eh, eh. Einer von den beiden als Range zur Unterstützung für mich würde reichen. Very well. The Dragon Thunder. Aaaaah. Dann nicht helfen. Nicht helfen. Dann ist das Problem. Von unten kriegen sie nichts auf die Reihe. Spannend. Was ist das, Mann? Er hat auch gleich schon seine Ulti. Ach, deswegen war Rubik unüberrollt. Er kam auf die beschissen Idee, zwei Ranged auf die Offlane zu schicken. Wo ich hier besser gebrauchen könnte. Ich weiß nicht, ob der gute Idee ist, Birdbreaker als Möchtegern-Supporter hinzustellen. Ach, die haben beide. Ja. Ich denke, das ist der Safe-Lane-Support. Wenn er jetzt auf der Midlane am Ganken ist. Stand and fight! We are still! We are still! We are still! We are still! We were different as day and night. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ich denke wenn wir es 6 gehabt hätte, wäre ich rein und hätte einen Omni-Slash da habe ich nicht oh wow, jetzt kommen auf einmal 2 vorbei, wunderbar nimm mir noch meinen Farm weg, alles klar kein Problem kein Problem Hasker ist da nicht Hasker? nein ah, wer ist das? ein Joker, ah Joker und Ludwig, wunderbar Joker ist tot, wunderbar was mache ich jetzt hier noch? ja 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 Ich hab noch nicht mal CSGO Scheiß. Guck mal mein Inventar an. Vollfassend. Ist man eigentlich immer so ein Scheiß, wenn man sein Inventar offenlegt? Nervig. Kann ich einmal kurz anschießen? Ja, danke. Wow. Shit, man. Er macht ja so viel Damage, verdammte Angst. Was hat eigentlich unser Storm? Oh, er ist auf Level 8. Warum verliert die Mitte bei mir immer so? Unglaublich. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich bin ja kein Mitspieler. Aber... Schon so ein kleines Problem. Okay, jetzt ist Omni-Knight hier. Ich hab den Fall schon angepeilt. Sehr gut. Das zweite Mal, dass ich ihn so gekriegt hab. Ah, shit. Omni-Knight. Da kommen jetzt alle her. Oben ist ein Night Stalker. Ich denke, mit ihm komm ich klar. Na? Boah, warum hat er denn... Ah, ist das n Nacht? Welcher da gab ich? Ulti. Du bist doch auch der letzte Hanse, ey. Ich versuch war schon ein bisschen schwach. Damit hält dich doch direkt, oder? Wir gehen. Dang. Der Wauker ist so schwach. Wenn ich wieder an den Rand kommen sollte. Ah, hat jemand irgendwas? Ah, hat jemand irgendwas? Keine Ahnung. Waren zu so fährt. Das ist ein Observer, oder? Ja, das ist ein Observer. Oh. Kommt an. Oh, ho, ho, ho. Shit. Komm ich da mit dem Omni-Knight noch rein? Nein! Ah, ich Idiot. Ah, ich hab doch meinen Healing Ward. Ich bin doch so doof. Ich hab den Arm jetzt. Tipp-out. 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 Der Invoker ist gut. Hm. Hm. Ah. 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 Ich bin in Fighthi. Ah. Ah. Das ist raus, wahrscheinlich, ja. Rubik ist auf jeden Fall, oh, fuck off, ey, im Ernst? Au, das ist Night Stalker. Shit, man, der ist gut. Rubik mein Spin. Man lerne ich endlich, dass dieser Shit Invoker gut ist. Oh shit. Ich hab verloren. Ich hab sehr gut verloren. Oder? Ich hab's nicht mehr verloren. 25, 15, 10 Kills unterschieden wunderbar wunderbar World Breaker ist ein paar mal durchgelaufen Ich bin auf der ersten Stufe also von daher Ein bisschen mit allen Mann gegenhalten lassen Nicht irgendwie mit Binsen gehen Ah, echt Nein Au, er hat ein 7 Waterflug Komm schon Na also Endlich mal Wir müssen eigentlich 18 Ähhhh Unilead ist da Hm Das wollte ich mir mindestens noch holen Jetzt sind sie natürlich wieder voll dran, ey Na komm schon Na komm schon Ich bin doch schon dran Oh shit 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 Ah, das ist mein Spin. Ah, Rubeck. Ah, Rubeck wird nicht mehr da sein, nehme ich doch mal an. Ah, die Rubeck das hier alleine oder was? Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. King Husker. Win GP auf jeden Fall. Ah, noch ein Night Stalker da. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Komm schon, einer beim Weglaufen. Ich hab noch 10 Sekunden. Hallo. Ah, ha, 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 ha. Obholt ihn euch, verdammte Axt! Dang, komm schon! Wie lange gewartet? Binden sollen. Ganz binnen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Your top tower is under attack. Dyer structures are fortified. Your top tower is under attack. Oh, AA block. Nice. Killing screen. Nice. Watchbell is ringing. Rally structures are fortified. Ehhhhhhhhh. Gamschan. 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 Der kann das doch nicht durchtorgeln, verdammte Axt. Ist das jetzt euer Ernst? Nehhh. In wen spiele ich denn hier, dass die das durchtorgeln können? Wauw Klar, ich geh da alleine hin. Ja, ganz klar alleine hin. Was heißt hier? Omni Knight. Ah, scheiße, der erste Tank ist. Ich muss irgendwie an die herankommen. Nice, Darker, Omni Knight. Ein Wauker. Anschaden. Wow, shit, man. Kann noch nicht so schwer sein. Der hat nichts zum Einsetzen. Was ist das? Was ist das? Hä, weiter geht das nicht. Vergiss es. Auf. Tod. Komm schon. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, wow. Oh, Mann. Sch*** Mann, ist doch das euer Ernst? Ich muss auch noch das mitnehmen von meinen Inroker-Tipps. Komm, machen wir was draus. Ahhhh. Haupteinfach nicht. Auch kein Duster, boah. Wow. Wow. Your bottom shrine is under attack. What's this? Dire fortifying that strong? Ha ha ha. Sprein Sprein. Man, warum versuchen die das erst? I see the fire... But from one of my tower just left hard over. Don't be action this for a time. Turn up returns. So, go to the wall! Radiance, win! Us, so hello... This was. Wärm. Unglaublich, dass wir einen Level 16 Storm Spirit gegen den Gamelation Level 21 Invoker am Ende hatten. Oh, Windranger, 6x. 4x, weil der auch da rein rennt. So lächerlich. So lächerlich, dass ich... AA ist Zweiter, dann kommt Windranger und Vorletzter ist Storm. Wow. Wow. Das ist traurig. Traurig ey. Ich habe mir vor, als wäre das jetzt kein Rank gewesen, sondern einfach nur normal. Wenn ein Loopspiel... Ein paar Gute gegen ein paar Schlechte zusammengebrochen. Unglaublich. Na gut. Neue Runde, neuer Versuch. Jetzt. Tschau. Schön. İşte, range und lines village. quetig.